NEXT TELEZTEL Machen wir mal Maverick Helmauf einschnallen Jo, machen wir das ist ein ganz normaler 3 Punkt Gurtfahr Japp Die sind noch gar nicht losgefahren. Ich glaube, die bleibt da nicht liegen, oder? Das weiß ich. Die muss waschen, gell? Oh, wo ist die? Hat die den Start noch hier? So, und du? Do not touch. Rückwärts 9.3. Wir wollen den Haar, ne? Welche Maverick ist das jetzt gerade überhaupt? Ich habe gar nicht geguckt. Die Bahn ist leer, du kannst Gas geben. Ok, weißt mich. Wir wollen den Haar, jetzt hat die Bahn wieder den Haarwerk. Wenn jemand die Flasher aus dem Haarwerk geht, wir wollen den Haarwerk. Wir wollen den Haarwerk. Was ist ja schon losgezogen. Und jetzt wird das Haarwerk. Die Haarwerk kann man beide machen. Wie macht es hier? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.